Hallo und willkommen zurück zum Thema Mathe-Kurs-Schufe und diesmal fangen wir mit Wachstum an. Sicher haben schon einige von euch damit angefangen in der Schule und deswegen machen wir das jetzt auch mal hier. So, ihr seht hier schon eine Funktion und das ist praktisch das Grundgerüst für das exponentielle Wachstum, das wir als erstes machen werden, weil es das einfachste ist. Also lineares Wachstum ist noch einfacher, aber das habt ihr entweder schon gemacht oder es ist unnötig, wenn es eh nicht drankommt. Also fangen wir gleich mit dem exponentiellen Wachstum an. Ja, was ist exponentielles Wachstum? Denkt am besten an euer Konto auf der Bank. Ihr tut da einen Betrag drauf und der wächst ja dann immer, aber es gibt auch noch Zinsen und es gibt Zinseszinsen. Das heißt, ihr kriegt immer für alles die Zinsen, auch für das, was ihr am Anfang hattet und für das, was ihr durch die Zinsen eben dazubekommen habt. Nehmen wir mal an, der Zinsbetrag ist unglaublich hoch, da macht es schon echt einen Unterschied. Und deswegen kann man das nicht einfach so rechnen, als wäre nur der Anfangsbetrag drauf, sondern man muss es eben so rechnen. Ja, jetzt warum nicht f von t? f wäre eine stinknormale Funktion, b ist auch eine stinknormale Funktion. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass es halt groß geschrieben ist. Das ist jetzt halt ein bisschen verwirrend, weil normalerweise ist es integral groß geschrieben. Werden wir noch drauf kommen, warum jetzt das groß geschrieben ist und warum nicht. Also im Prinzip ist es schon das Integral, aber das soll euch jetzt nicht kümmern. Das verwirrt ihr, deswegen lassen wir das beiseite. Es heißt einfach b von t. b wie Bestand, könnt ihr euch vielleicht merken. t wie Time, Zeit. Also ein Bestand, der abhängig ist von der Zeit t. Ja, ihr seht schon, wir haben es hier nicht mehr mit x zu tun, sondern mit t. Und ihr sucht mal hier in dem Term die Variable t. Die steht hier oben. Das heißt, das ist die Variable, die in unserer Funktion immer größer wird. Nicht x oder sowas, also nicht, dass ihr jetzt hier verzweifelt sucht und nichts findet und denkt, es ist immer dieselbe Zahl. Nein, es ist einfach t, das dann halt die Funktion steigen lässt. b von 0 ist ein Wert von dieser Funktion hier. Also ihr seht, hier haben wir einen Wert für t gleich 0. Das heißt, das hier kommt raus, wenn ich für das Ganze hier t gleich 0 einsetze. Das heißt, das ist unser Bestand zum Zeitpunkt 0, also im Normalfall zum Beobachtungsbeginn. Also das bedeutet dann zum Beispiel, wir haben, wie gesagt, unser Konto. Und da tun wir jetzt 1.000 Euro drauf und lassen das dann wachsen. Sagen wir 50 Jahre oder sonst irgendwas. Und dann wären diese 1.000 Euro, die wir am Anfang drauf gemacht haben, wäre hier eben b von 0. Der Bestand zum Zeitpunkt 0, also zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung. e ist einfach die Zahl e und k ist ein Faktor, den man ausrechnen muss. Ja? Gut, soweit. So. Also jetzt habt ihr schon mal die Funktion kennengelernt. Und jetzt machen wir gleich mal weiter mit der Ableitung, die ja im Prinzip kein Problem sein sollte. Wobei, nee, lassen wir die Ableitung erst noch weg. Und ich zeige euch wie mal so eine Funktion modelliert. Also sagen wir, wir haben, ähm, ja genau, sagen wir, wir tun 1.000 Euro drauf am Anfang. Also dann sind wir ja bei b von 0, sind wir bei 1.000. Und, ähm, ja, dann, ähm, haben wir einen Zinssatz, ähm, sagen wir von, sind wir realistisch? Nee, sind wir nicht realistisch. Realistisch macht keinen Spaß. Ähm, und sagen, wir haben 2% Zinsen. Das ist schon unglaublich viel eigentlich. Ja, was können wir jetzt mit den 2% Zinsen anfangen? Nun, ja, ähm, 2% Zinsen heißt, dass es sich nach dem ersten Jahr um 2% erhöht hat. Sagen wir, T ist in Jahren. Das muss man auch immer angeben. Das könnte ja auch in Sekunden oder in Stunden sein. Man kann ja auch was, ähm, mit Bakterien haben oder irgendein Tiefkühlprodukt erwärmen. Oder umgekehrt was einfrieren. Das heißt, wir können es in Sekunden haben, wir können es in Jahren haben. Deswegen wird das normalerweise immer angegeben. Oder ihr müsst selber was Passendes finden. Hier macht nur Jahre Sinn, weil wir ja von der Bank reden. Die sind ja nicht ganz so schnell. Ähm, ja. Also, 2% bedeutet, dass es sich nach einem Jahr um 2% erhöht hat. Das heißt, ähm, ja. 2% drückt man dann aus als Faktor 1,02. Okay? Weil, ähm, wir behalten ein Ganzes davon. Also, das verringert sich ja nicht. Wenn wir jetzt 0,02 machen würden, hätten wir nach dem ersten Jahr gerade mal noch 20 Euro. Das wäre ein bisschen schlecht, wenn wir 1,000 drauf gemacht hätten. Dann hätten wir uns die Bank ganz schön abgezockt. Und deswegen 1,02, dann haben wir die 1 bedeutet mal 1 hier. Das Ganze mal 1, also 1,000 plus das Ganze mal 0,02, also die 20 Euro an Zinsen, die wir draufgekriegt haben, noch dazu. Das heißt, wir sind am Schluss bei 1,020 Euro. Das ist schon ganz nett. Das ist sehr viel, würde ich sagen, eigentlich schon. Und, ähm, doch nicht ganz unrealistisch, wenn man extrem Glück hat. Das heißt, ich fange jetzt hier gleich mal an mit B von T gleich. B von 0 ist das hier, also einfach einsetzen, mal 1,02. So, jetzt haben wir das Problem. Ähm, ah ja, hoch T, ähm. Ähm, fördern. Brauche ich doch eine Formel? Okay, das ist eine Formel. Hoch T. So, jetzt. Ah, also B von T ist praktisch einfach der Funktionsname. Nennen wir es B von T statt F von T. F von T könnt ihr euch aber darunter vorstellen. 1,000 ist der Anfangsbestand. Dann mal, wie es in der Form steht. E hoch K T. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben hier nur 1,02 hoch T. Bekanntlich ist E irgendwas mit zwei Komma. Ja. Wie kriegen wir jetzt das umgeschrieben? Ähm, theoretisch können wir auch schon damit rechnen. Normalerweise, wenn es heißt, ihr sollt so eine Funktion modellieren, erwarten sie aber immer, dass ihr E hoch K T schreibt. Also, ähm, wir nehmen jetzt einfach diesen Teil hier. Ja, Tab funktioniert nicht. Auch nicht. Dann halt nicht. Ähm. So, wir nehmen jetzt den Teil 1,02 hoch T. Und setzen ihn einfach mal gleich mit dem, was wir haben wollen. Wir wollen nämlich E hoch K T. So, jetzt seht ihr schon, ähm, wenn wir hier T weg haben wollen. Das können wir einfach auf beiden Seiten gerade mal rausstreichen, weil das steht ja beides mal in der Hochzahl drin. Und somit haben wir dann kein Problem mehr. So, jetzt haben wir hier 1,02 ist gleich E hoch K. Ja, ähm, dann müssen wir einfach Logarithmus Naturalis davon ziehen. Also, einfach, sage ich jetzt mal so. Ganz frech hier. Was ja nicht wirklich einfach ist für die, die es noch nicht gemacht haben. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie dieser Logarithmus Naturalis zustande kommt. Ähm, ja, könnt ihr euch auch anschauen bei Gelegenheit. Ist aber nicht so wichtig. Ähm, der hier ist wichtiger. Und zwar, ähm, das ist, funktioniert eigentlich wie der normale Logarithmus. Das ist eigentlich der normale Logarithmus zur Basis von E. Also, das heißt, ähm, noch ganz kurzer Crashkurs, für die Sie es nicht gesehen haben. E hoch Ln von irgendwas, sagen wir einfach mal x, ist dasselbe wie x. Also, das hebt sich praktisch auf. Ähm, E hoch Ln oder Ln von E. Ln von E ist 1. E hoch Ln von irgendwas ist immer das Irgendwas hier. Also, das ist wie Quadrat und Wurzel. Also, wenn ihr x, Wurzel aus x Quadrat habt, dann ist es ja auch x. Und jetzt könnt ihr euch praktisch vorstellen, das ist genau so. Ja, also im Prinzip ist es der Logarithmus zur Basis E. Soll euch jetzt aber nicht weiter kümmern. Ihr wisst jetzt, wie wir dieses K da rauskriegen. Hoffe ich zumindest, dass ihr eine Ahnung habt. Nämlich kann man da einfach schreiben, der Logarithmus Naturalis Ln von 1,02 ist der Logarithmus Naturalis Ach Gott, ist das ein scheiß Wort. Echt übel. E hoch von E hoch K. So, jetzt kennt ihr vielleicht noch die Logarithmus-Regel. Wenn ihr die Logarithmus-Gesetze nicht mehr könnt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich da auch noch ein Video zu. Wenn in dem Logarithmus drin eine Hochzahl steht, dann kann man die einfach vorne dran schreiben. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach das... Nein, nur das K. Das K kann ich hier rauslöschen und vorne dran schreiben K mal. Das ist dasselbe. Das ist definitiv gleich. So, und Ln von E, habe ich euch ja gerade eben gesagt, ist 1. Das heißt, K mal 1 ist einfach K. Und schon haben wir unser K. Ln von 1,02 gleich K. Ja, schön. Gut, dann können wir das hier einfach ersetzen. Und zwar können wir hier dann hinschreiben E hoch Ln von 1,02 mal T. Und wir haben unsere Funktion. Sehr schön. Daraus haben wir jetzt, also aus den paar wenigen Angaben hier, das hier nicht mal wirklich, haben wir eine komplette Funktion gemacht. Und ihr seht, es war gar nicht so schwer. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, eine Funktion zu machen. Oder zu erstellen. Wir machen ja keine Funktion hier. Und zwar, wenn ich hier den Bestand an der Stelle, sag mal, 5 habe. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt als Zinsen rauskommt. Ich habe die Zahlen leider auch nicht vor mir. Wahrscheinlich, was nicht so schön ist. Der Bestand an der Stelle 5 soll 1020 diesmal sein. Bisschen, nicht 1022, 1020 sein. Dann haben wir viel weniger Zinsen wahrscheinlich. Ja und, ähm, dann können wir das hier alles erstmal löschen. Dann haben wir hier, also nach 5 Jahren hat man dann, steht normalerweise als Textaufgabe da, normalerweise steht dann da, am Anfang tut man 1000 Euro auf dem Konto, nach 5 Jahren hat man 1020 Euro auf dem Konto. Ähm, modellieren sie dazu eine Funktion. Dann müsst ihr erstmal selber rausfinden, okay, das ist exponentielles Wachstum, weil wir Zinsen kriegen und Zinseszinsen und es nicht mit irgendwie beschränktem oder logistischem Wachstum zu tun haben oder linearem Wachstum, sondern, ähm, wir tun ja einfach Geld auf dem Konto, deswegen auf jeden Fall exponentielles Wachstum. Ja. Und, ähm, nach 5 Jahren bedeutet Bestand von 5, ähm, am Anfang bedeutet B von 0 und dann eben das Jahr. So, und jetzt, ähm, können wir hier mal anfangen zu modellieren. Wir sagen einfach, B von 0 können wir ja gleich hier einsetzen und B von 5 können wir einfach hier statt B von T schreiben wir jetzt hier B von 5 gleich hin, also 1020. ist gleich. So, jetzt haben wir hier für T 5 eingesetzt, weil ja hier B von 5 steht. B von 0 ist 1000 mal E, äh, ja. Wo ist es? E hoch K kennen wir nicht, das wollen wir ja rauskriegen und T ist ja hier 5 gewesen, hier vorne, weil wir hier B von 5 haben, also ist hier hinten auch T 5. So. Jetzt haben wir da schon mal eine Funktion mit nur einer einzigen Variable, nämlich K. E ist ja eine Zahl. Yay. Daraus können wir doch was machen. Was können wir daraus machen? Ich kopiere das einfach mal hier runter, dass ich nicht mal alles abzippen muss. So, ähm, wir können hier erstmal durch 1000 teilen. Das heißt, wir haben hier auch durch Schande, das werden keine so schön zahlen, das tut mir sehr leid. 1020 durch 1000 ist gleich E hoch K mal 5. Also ich mache das jetzt einfach mal komplett ohne Taschenrechner, ich habe hier auch keinen. Ähm, dann ziehen wir einfach den Logarithmus Naturalis, wie gehabt, oder wie gerade eben schon vorgeführt, aus, ähm, auf beiden Seiten. Und, nochmal zur Erinnerung, wenn ich den Logarithmus, oder allgemeinen Logarithmus habe, dann kann ich die Hochzahl einfach vorne dran schreiben. Hier steht ja jetzt eigentlich 5K, nicht EOK mal 5, da kann man ja einfach 5K dazu sagen. Können wir hier rauslöschen und vorne dran schreiben. 5K mal LN von E. LN von E ist 1. Das heißt, das können wir auch rausmachen. Ja, das nicht. Nein, sei mal nicht so hier. Ach, dann lassen wir es halt so. Okay, ähm, das heißt, wir haben hier jetzt schon mal relativ gekürzt und jetzt teilen wir das Ganze einfach noch durch 5, dann steht hier nur noch K und hier steht eine komplett wurstige Zahl, die ihr bitte mit dem Taschenrechner ausrechnet. Und, ähm, wenn ihr einen Lehrer habt, das müsst ihr echt mit eurem Lehrer abklären, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, manche Lehrer wollen drei Nachkommastellen haben, manche wollen zehn Nachkommastellen haben und manche wollen es wirklich als so eine Schwachsinnszahl da stehen haben. Ihr müsst bedenken, das ist jetzt K, das müsst ihr hier oben noch reinschreiben. Ich zeige es euch gleich. Manche Lehrer wollen das wirklich so haben, also mir hat mal ein Lehrer Punktabzug dafür gegeben, dass ich es auf drei Nachkommastellen gerundet habe, also klärt das bitte im Voraus ab und beim Abi, ähm, von mir aus gibt es zwei Lösungen an, also schreibt das Ding einmal hin und einmal rundet ihr es. Äh, ja, klärt das wirklich ab, das ist, ähm, keinen Punktabzug kosten. Das wollen wir ja nicht. Äh, nein, nicht hin und dran. Das war jetzt auch nicht so ganz mein Plan. Jetzt. Extra schön groß. So, ähm, das lasse ich hier mal ganz kurz so. Papiere mir die ganze Zahl, wenn ich es hinkriege. Jetzt. So, ähm, gut, das heißt, wir modellieren jetzt unsere Funktion b von t. Das muss immer dastehen, wenn ihr eine Funktion habt. Da muss es immer gleich dastehen. b von 0 können wir aber einsetzen. 1000 mal äh, e hoch p. Hey, hey, es klappt. So langsam mag ich das. e hoch den ganzen Kram mal t. Ich kann es jetzt nicht ausrechnen, weil ich keinen Taschenrechter habe. Ihr könnt das machen. Ja. Und das wäre jetzt unsere Funktion, wenn wir in 5 Jahren 1020 Euro haben und am Anfang 1000 drauf getan haben. Also es gibt, wie gesagt, diese 2 Möglichkeiten, wie ihr eine Funktion machen, äh, erstellen könnt, modellieren könnt, auch genannt. Und, ähm, ja, das wär's dann mal. Zur Ableitungsfunktion mache ich dann wahrscheinlich das nächste Mal was oder beschränktes Wachstum. Das wird sich dann zeigen. Ja. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.